Das ist super, weil der Bambi den kenne ich seitdem ich geboren bin. Der war immer da, der wird immer da sein. Das ist super. Gibt es seit jedem Jahr, wie Sie sich auch da besonders freuen? Wer kommt denn heute? Ja, Bulli ist da. Also den kenne ich schon lange und das wird lustig. Und ansonsten, ja Kate Winslet ist super. Also alle Leute schwärmen von Kate Winslet, wie die privat ist. Ich habe die ja noch nicht kennengelernt, aber alle sagen nur das Beste über die. Und dass sie gut trinken kann im Pub. Und ich hoffe, der ist testbar heute mal aus.